Manso, du musst ja ganz toll so froh sein, dass du wieder gewonnen hast. Ich bin froh, dass ich gegen Justin gewonnen habe. Wenn ich gegen Justin 7-2, ich glaube 7-1, 7-2, weiß ich nicht. Ich bin Rückstand, aber ich glaube, ich habe gewonnen. Ehrlich. Er ist sehr glücklich, dass er gegen Justin gewonnen hat. In der letzten Spiel, er war 7-2, und er wollte nicht gegen 7-2. Er ist sehr glücklich. Bei diesen starken Ergebnissen musst du wirklich einen Dend in diesem Tournament machen. Du schaust sehr stark aus. Was ist dein Goal? Was willst du hier machen? Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Jeder andere Schritt ist noch besser, aber ich gebe mein Bestes. Ich bin so fokussiert. Ich genieße dieses Spiel. Er ist sehr glücklich, dass er noch im Tournament ist. Er ist sehr fokussiert, um es zu spielen. Und er hat es gefühlt. Und das ist sein Hauptziel. Gary und Darrell in der nächsten Runde. Welche Präferenz? Du spielst gegen Gary Anderson oder Darrell Gurney. Wo spielst du lieber? Ich habe keine Antwort. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Warum nicht? Ich liebe Daryl Gurney. Aber man darf nicht sagen. Weltmeister ist Weltmeister. Es ist schwierig für ihn. Es ist schwierig für ihn eine Antwort. Er hat gesagt, ich liebe Daryl Gurney. Aber man kann das nicht sagen. Ein Weltmeister ist ein Weltmeister. Es ist schwierig zu sagen. Man, Sir. Wish you the best of luck. Thank you so much, Buddy! Thank you, Sir.